Boah, Jungs, kein Bock mehr. 2017 ist der letzte. Abschauen. Wir legen schon die ganze Zeit von Hartz IV. Wir haben nicht einmal gearbeitet. Ja, man, es muss sich einiges ändern. 2018 muss besser werden. Ja! Wir werden alle einen Job finden. Ja! Jungs, dieser Monat war für uns sehr, sehr erfolgreich. Die Geschäfte sind so wie geplant gelaufen. Der nächste Monat wird besser. Stimmt, Partner. Ja, man, so machen wir das. 2018 machen wir fett coole. 2018 wird unser Jahr. 2018 wird unser Jahr. 2018. Yeah! Jungs, was macht ihr hier? Bruder, wir sind beim Jobcenter. Was sonst? Wonach sieht das aus? Und warum bist du so angezogen? Ach so, warum ich so angezogen bin, Bruder? Ich muss doch wie ein Arbeiter aussehen. Bisschen Integration und so. Vielleicht kriegst du bessere Angebote, du weißt. Ja, Bruder. Bei uns allen mies gelaufen. Was soll man machen? Ey, Jungs, wisst ihr was? Scheiß drauf. 2018 ist eh nicht unser Jahr. 2019 ziehen wir durch. Da werde ich Architekt, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Und ich werde 2019 Belohnen! Ja, Mann! Und du, Bruder? Ich werde Arzt, Bruder! Ja, Mann! 2019 ziehen wir durch! Ja, Mann! 2019! Yeah! So, ich habe die Arbeiten korrigiert. Ich bin von einigen von euch sehr, sehr enttäuscht und die ganzen Vorbereitungen waren umsonst. So, dann kommen wir zu den Ergebnissen. Wir sind mit. Wir sind mit. Wir sind mit. Wir sind mit. Jawohl, eine, zwei! Ahmet! Ich wollte das hier fünf. Sebastian, Glückwunsch! Du hast die beste Arbeit. Krämer! Nein, was? Ein Schema, ja? So, und ihr beiden. Was mache ich nur mit euch? Ich bin mit. Scheiß. Was ist das, Mann? Jungs, das kann nicht sein. Was sind das für Noten, ja? Ja, Mann, Alter, was soll los? Egal, 2018 ziehen wir durch. Ich will nicht für 2018. Wir werden jeden Tag nicht mehr aufgaben machen. Ja, Mann, ich werde jeden Tag lernen. Ja, Mann, wir geben ganz nächstes Jahr. 2018 wird anders sein. So, meine Lieben, heute bekommt ihr eure Arbeiten zurück. Und ich bin ganz besonders stolz auf die erste Reihe hier. Wir haben eine wirklich super tolle Leistung. So, lieber Ahmed, Glückwunsch. 2002. Julis, die beste Arbeit der Klasse. Glückwunsch. Ja, Mann, genau so machen wir das. Wir schaffen das, 2018, Jungs. So, meine Lieben, jetzt bekommt ihr die Arbeit zurück. Julis. Ich will niemals sein, Bruder. Was ist das? Sechs, was seid ihr denn für Nieten, Alter? Ahmed. Scheiße, Alter, mein Vater bringt mich um. Scheiß drauf, Jungs, wisst ihr was? Egal, 2019 wird unser Jahr. Scheiß auf 2018, Mann. Ja, Mann, komm, 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 komm. 2019, Mann, ja? 2019 geht mir egal. Leck, du Schäppige, was liegst du mir hier rum? Wir haben schon 14 Uhr, wo ich's Mittagessen. Du Spasti, steht auf meiner Stirn Bimbo? Ich hab schon gegessen, mach dir selber was. Meine Fresse, verpiss dich mal von hier. Das ist mein Platz, das weißt du doch. Was für dein Platz? Steht dir dein Name drauf, oder was? Ein Scheißdreck, geh ich. Ist das deine Wohnung oder meine Wohnung, hä? Weißt du was? Ich verpiss mich, geh ich. Ja, verpiss dich von hier, Mann. Mach mal hart. Hey, hey, warte mal, Schatz, warte, warte, setz dich mal hin. Ey, Schatz, tut mir leid, ich hab ein bisschen überreagiert, ne? Aber pass auf, das geht nicht so weiter mit uns. 2017 ist Katastrophe, wir streiten uns nur noch. Ja, Schatz, du hast recht. Wir müssen das unbedingt ändern, 2018. Genau, Schatz, 2018 muss alles anders laufen. Hallo, mein Schatz. Ich hab was mit dir. Ja, genau so machen wir das. 2018 läuft alles besser. Ja, Schatz. Ja, ne? Milchenkühlschrank schon wieder leer, warum gehst du nicht einkaufen? Ich kann das nicht alleine tragen, du musst mir helfen. Du bist mir nicht zu gebrauchen. Weißt du was, das hat alles keinen Sinn mit uns. Ja, komm, geh jetzt. Ja, verpiss dich. Ey, warte, 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 warte mal, tut mir leid, dir. Ich weiß, es läuft doch nicht als wie geplant. Ja, wir wollten uns doch 2018 ändern. Ich weiß, Schatz, aber weißt du was, scheiß auf 2018, 2019 wird unser Jahr sein. Ich mach dir sogar einen Heiratsantrag. Oh, echt fliegen wir auch in den Malediven? Ja, normal, wir fliegen sogar nach Bokladiven. Ja, ja, machen wir schon, machen wir schon. Das ist mein Platz, verpiss dich mal hier. Mein Gott, steht hier dein Name drauf? Du weißt, dass ich mal hier liege. Mann, ich geh jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Das ist mein Platz, weißt du doch. Steht hier dein Name drauf, oder was? Wie sagt das hier? Meine Fresse, warum ist da beschissene Küchraben wieder leer? Warum gehst du nicht einkaufen? Soll ich das alleine schleppen, oder was? Meine Fresse, für nichts bist du zu gebrauchen. Was, was, ich verbiss mich. Tschüss. 2019 ziehen wir durch, da werde ich ein Bankkaufmann. Ja, Mann, ja, Mann, ich werde Pilot. Ja, Mann, Pilot ist gut. Ja, ich werde Professor, Bruder. Professor ist gut, wir ziehen durch 2019, Mann. 2019. Ja. Zeig mal her, zeig mal her. Ja, Mann, 2019 ziehen wir durch. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, Mann, ja, Mann. Ich werde Architekt. Und ich werde Pilot. Aber Jungs, was ist das denn, ja, was sind das für Noten? Allah, was soll los mit Sven, guck mal? Ich, Bruder, bist du am Schlafen? Nee, ich muss, ich muss, ich bitte. Wir ziehen wir durch, Mann. Wir rasieren alles. Wir ziehen durch, Mann. Wir ziehen durch, Mann. Boah, Jungs, das kann nicht... Leck, du verschäten, Alter. Hör mal auf, Jungs. Boah, Jungs, das kann nicht... Ich seh durch dich durch, dass der Lacht war. Komm, Konzentration, Focus. Und Action. Boah, Jungs, das kann nicht wahr sein. 2017 war der letzte Abschauen, wir haben nur von... Ich hab nur seine Hand gesehen, Wallah, Wallah. Was für die 50 Male? Sag, Bruder, warum atmest du so? Mach einfach so. Wie kochen, Wallah. Sag, Bruder, ich hab nicht gelacht, aber Bruder, er hat tief Luft genommen, ne? Man sieht das auf der Kamera, weißt du? Bei mir, ich hab noch Mütze so. Ich mach so, ich guck nach unten, weißt du? Boah, Jungs, ich hab keinen Bock mehr. Ja, 2017 war der letzte Abschauen, der lächelt schon, ja? Wollah, ich lächle mich. Wollah, ich lächle mich. Ich hab den angeschaut, der war ein Lächeln. Ich hab nicht gelächeln. Guck mal auf die Kamera, guck mal auf die Kamera. Ja, Mann, genau so machen wir das. 2018 machen wir, fett coole. 2018 wird unser Jahr. 2018, Mann. Eie, 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 eiee, eie, eie. Jack, wir sind jetzt alles weg. Jungs, pack doch mal dein Handy weg, ich mach doch Endcut gerade. Achso, was voll neu. Nein, nein, lass laufen. Yo, was geht ab, meine Freunde? Younes Jones wieder hier am Stadt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie ihr gesehen habt, kann ich mit diesen K.O. einfach nicht drehen. Ich drehe die ganze Zeit, die müssen die ganze Zeit lachen. Ich schwöre, ihr habt ja gerade gesehen, ich will drehen, das geht nicht. Was ein Spaß, die ich habe. Yo, Leute, was geht ab, einmal ist mein Name, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wir sind auf jeden Fall wirkliche Chaoten, der größte Chaoten ist hier rechts, der ist vercheckt immer beim Videodreh. Auf jeden Fall, Freunde, sagt mir einfach, was euch gefallen hat, was ihr auf jeden Fall demnächst sehen wollt. Egal was, wir versuchen das umzusetzen, natürlich, ohne was ihr lachen. Bruder, ich schwöre bei Gott, konzentriere dich schon einmal, Bruder. Bruder, Wallah, ich meine das ernst, du konzentriere dich, Bruder, ich mach doch, ich mach doch, ich bin wirklich konzentriert, aber tschüss. Bruder, Wallah, bring den Kameramann nicht zu lachen, Wallah, beweg dich nicht. Bruder, Wallah, ich meine das ernst, ich lasse du Endcut machen, vertraut mir. Ja, genau. Auf jeden Fall, Freunde, sagt einfach, was ihr demnächst sehen wollt. Bang, bang. Ich schwöre. Bruder, wacke nicht, wacke nicht mit der Kamera, Abu Salik, wacke nicht. Bleib mal straight, Wallah. Hitt, Bruder. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Bruder, Abu Salik, lass uns einmal konzentrieren, wir müssen eigentlich helfen. Bruder, das sehen so viele Leute, vertraut mir doch. Wallah, Bruder, ich tu alles rein, ich mach das ernst, mir scheißegal, ich tu alles rein. Okay, Bruder, tu rein, Wallah, Bruder. Was ist denn los mit dir? Ihr benehmt euch doch nicht, ich bin doch konzentrieren. Was ist denn los mit dir? Frag mal die Leute, was die sehen wollen, Bruder. Ja, Bruder, frag mal. Was die sehen wollen, was wollt ihr sehen? Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr sehen? Bruder, Wallah, ich will das wegschreiben. Woop, woop. Puno, 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 Puno.